Also ich finde, das sieht auch gar nicht so, ich finde es mit dem Kopftuch halt nicht so toll. Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch, ich freue mich, dass du da bist zu einer neuen Folge von Germany's Next Topmodel und ich bin hier noch bei dem Design von meinem Model dran. Das mit dem Kopftuchfarbe passt mir eigentlich nicht so, aber es gibt leider ein paar Punkte. Ich gucke jetzt auch noch mal nach Handtaschen. Naja, da gibt es auch noch mal ein halbes Pünktchen. Gibt es das für die kleine Handtasche auch? Mal gucken. Ja, gibt es auch, dann würde ich die nehmen. Oh, da gibt es dann, komisch, ne, nimmst du ein anderes Muster, ist gleich nicht mehr so schön oder wird nicht mehr. Ja, dann nehme ich das Blumen, kann ich das auch nehmen? Ne, ja, dann nehme ich das Blumenmuster, das gelbe. Okay, meinetwegen, ähm, Schuhe, mal gucken, ob ich da jetzt noch ein bisschen, ähm, schuhtechnisch was machen kann. Oh, das gibt ganz viel Abzug, Sneaker, gibt noch mehr Abzug in Rot. Da kommt man dann wieder, guck mal, weil das wäre doch eigentlich hübsch, ne? Ja, fehlen halt trotzdem zweieinhalb Sterne irgendwie. Zieh die doch an. Ah, da so fehlen nur zwei. Die Farbe passt leider nicht. Ja, dann die vielleicht, was ist mit denen? Nein, okay, gut, dann nehmen wir die hier, mhm. Jetzt fehlen trotzdem noch zwei Sterne. Jetzt lasse ich mir mal, also ich finde, das sieht auch gar nicht so, ich finde das mit dem Kopftuch halt nicht so toll. Ich, guck mal, das gefällt mir irgendwie nicht so. Das ist so schade, das wäre viel netter. Ja, nee, ist schon klar. Aber das passt ja nun überhaupt nicht zusammen. Hm, da muss ich das leider nehmen, auch wenn mir das nicht so gefällt. Vielleicht kann ich aber an der Jackenfarbe, weißt du, dass ich das anpasse. So, ne, dann passt es ein bisschen besser. Und dann würde ich dieses Orange... Hm. Weißt du, dass sich das ein bisschen widerspiegelt, ne? Auch in der Tasche. Ich könnte da natürlich, weil in der Tasche auch grün ist. So, ne, dann spiegelt sich das da ein bisschen wieder. Ne, mit... Also, weißt du, dann... Ja, nicht sehr viel, aber ein bisschen. Vielleicht kann ich eher das nehmen. Das grün, ja, das gefällt mir ein wenig besser. Ähm, mustertechnisch bin ich hier irgendwie... Kann ich hier... Warte mal. Ähm... Das passt doch eigentlich dann zu der Tasche, weißt du? Habe ich gedacht. Oder... Ich probiere mal noch das andere. Hier so. Ne, da gefällt mir das besser. So, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Da ein bisschen Muster. Das war eine Zeit, einmal ganz, ganz modern bei Hosen, dass man da an der Seite so ein bisschen Muster hatte. Ich, ähm... Ja, ich denke... Mal gucken, was er sagt. Deine Zusammenstellung ist interessant. Okay, ich... Okay, ich... Meinung zu den Drucken. Da ist er nicht so. Meinung zu den Motiven und zu den Drucken. Das ist okay, aber nicht toll. Die Auswahl ist gut. Meinung zu den Accessoires. Pass mal auf, jetzt mache ich nochmal anderes... Ein anderes Druckmuster vielleicht nehmen für das Oberteil. Vielleicht ist es... Ähm... Besser oder nein? Besser oder nein? Hm... Hat halt nicht mehr Sterne gegeben jetzt, ne? Oh Gott, das sieht ja echt schlimm aus. Die Muster sind echt nicht schön. Ich finde die... Ich mag die Muster nicht. Also es tut mir echt leid. Das wäre halt... Das passt ganz gut. Da könnte man jetzt natürlich... Weißt du, dass es dazu passt? Und wenn ich die hier... Weglasse, mal gucken. Das ändert, glaube ich, nichts. Ich denke, das ist auch okay. Ich mache da... Die muss da wieder hin. Also diese... Weil... Na, das... Ne, guck mal. Das muss hier... Und das auf die Seite. So. Naja. Das müsste eigentlich ein Stück... Naja, ich hätte es gerne beides seitlich gehabt, aber... Mal schauen. Vielleicht, wenn ich näher rangehe. Und das so? Ne. Ich finde das schöner. Oder wie sieht das aus? Ne, das passt nicht. Aha. Gut. Dann mache ich das so. Okay. Ich glaube... Das lasse ich jetzt dann so. Oder? 16 von 20. Acht Tokens. Das ist nicht so schlecht. So, jetzt brauche ich noch gescheite Fotos. Jetzt ist aber nochmal Design dran. Und da nehme ich jetzt wieder die Sharon an der Reihe. Die darf auch nochmal. Und dann würde ich sagen, auf geht's ins nächste Designen. Und dann ist zweimal Make-up für jedes Model. Und dann die Shootings. Hoffen wir mal das Beste. Mal gucken, was sie jetzt anzieht. Ich würde ihr gerne den Wickelrock anziehen. Da gab es so einen Wickelrock. Den würde ich ihr gerne anziehen. Und... Oberteil muss ich mal gucken. Ach, guck mal. Ich kann das auch einfach so lassen. Die Accessoires passen aber nicht ganz. Ja, ne. Ist schon klar. Also... Ich lasse das einfach so. Guck dir das an. Also, ne. Ich möchte gerne den Rock. Und... Als Oberteil vielleicht... Habe ich jetzt dafür ein Eier? Weil das passt auch mit dem Rock nicht zusammen. Also... Ha, schade. Das gibt ganz viel abgezogen. Das will anscheinend auch niemand sehen. Und noch mehr abgezogen. Ja. Nein. 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 Auch nicht. Ach, Manu. Warum habe ich jetzt... Aber guck mal, warum kriege ich jetzt so viel abgezogen? Das ist ja doof. Bestimmt, weil das andere Model die Sachen anhatte. Trau dich und wähle ein paar andere Modefarben. Die Muster fehlen noch. Ja. Ähm. Ich wähle jetzt ein paar Modefarben. Mal gucken, ob es das besser macht. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Oberteil so happy bin. Ich fände das eigentlich ganz gut. Ha, ha, ha. Oder man nimmt halt wirklich so bauchfrei. Ist eigentlich auch nicht so schlecht, oder? Ach, immer diese schwerwiegenden Entscheidungen. Ähm. Twinset mit Top. Twinset, dann gehört da die Jacke dazu, oder was? Nee. Anscheinend nicht. Na gut. Ich werde auf alle Fälle weitermachen an dieser Stelle. Aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein. Bis nächstes Mal. Ciao. Deine Summer Cash. Deine Summer Cash.